Contagno World. Naja, ist man nichts Angst, wenn man nicht gerade ein Opfer geworden ist und merkt, das war alles genug. Kein Cent von Ihrem Geld ist immer investiert worden. Ihr Geld ist weg. Haben Sie denn dann überhaupt keine Chance, dass Sie wieder an Ihr Geld kommen? Die Chancen sind besser, als Sie sich das vorstellen können. Deswegen lohnt es sich, dass Sie sich diesen Film anschauen. Schauen Sie uns bis zum Schluss an. Da verrate ich Ihnen, was Sie tun können. Hallo, ich bin Anik-Anwalt Johann Resch zum Thema Cortana World. Es ist alles Betrug. Nichts ist echt. Da gibt es eine Anschrift in der Kiribik und in dieser Anschrift sind tausende ähnliche Filme registriert. Alles ist fake. Kein Cent von Ihrem Geld ist jemals investiert worden. Das ist ein reines Theaterstück, was Sie sich angeschaut haben. Alles ist Lüge. Was können Sie denn dann tun? Manche gehen zur Polizei. Nette Idee, würde ich sagen. Und ja auch gar nicht falsch. Man muss ja da was tun. Aber eine Stammanzeige dient der Bestrafung der Täter, nicht der Wiederbeschaffung des Geldes. Die war es nicht vor allem nicht. Wir haben uns darauf spezialisiert, die Sprüche des Geldes zu verfolgen. Geld ist nie weg, sagt der Mann früher. Geld ist nur woanders. Stimmt. Aber heute kann man Geld digital verfolgen, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Und dann stellt man mir fest, Geld ist fast nie weg. Ihr könnt es finden. Und da setzen wir an, wer verfolgen das Geld ist und sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie mehr dabei wissen möchten, rufen Sie mich gerne an unter 0308859770. Dann erkläre ich Ihnen das mal. Oder Sie gehen auf unsere Webseite, lesen Sie den Artikel dazu und Sie finden dort auch einen Fragebogen. Füllen Sie den Fragebogen aus und Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Sie erfahren, ob wir einen Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann alle Fakten parat. Sie kennen alle Fakten und weil Sie alle Fakten kennen, sind Sie dann in der Lage, Ihre eigene Entscheidung zu treffen. Am Ende müssen Sie ja selber wissen, warum Sie Ihr Geld zurück haben wollen.